Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zu der täglichen Dosis Trashy. Gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um unseren besten Freund Michael Wendler und auch seine Gattin Laura Müller. Und ich habe eine eigene Playlist, wo ich sie kritisiere. Ich habe das letzte Jahr wirklich alles aufgearbeitet, egal ob sie jetzt für den Kopfverlag Werbung gemacht haben, bei Telegram rumgeschwurbelt haben, bei Instagram und welchen Blödsinn beworben haben oder OF kürzlich, wo sie auch mit dem Playboy jetzt Stress haben. Ich habe alles aufgearbeitet und ich war immer sehr kritisch mit beiden. Ich möchte dieses Video allerdings mal so gestalten, dass ich sage, ey, da geht jetzt mal in touch zu weit und das schon seit Monaten. Denn egal, ob man jetzt Michael Wendler toll findet oder nicht, ich finde es schwierig, wenn man ein Clickbait oder Schlagzeilen nutzt, dass die einfach auch eine Form von, ja, eine Art und Weise an den Tag legen, die nicht klar geht. Ich zeige euch jetzt mal so ein paar Beispiele, dann versteht ihr, was ich meine. Trennungsgerüchte laufen immer gut, Trennungsgeschichten laufen super. Ich habe auch damals über, als meine ersten viralen Videos war, von Petro Lombardi und Sarah Lombardi damals noch. Ja, da war ja die Trennung und diese Fremdgehgeschichte-Affäre und da hatte ich zwei Videos gemacht, da hatte ich glaube ich tausend Abos mit 500.000 Klicks und über 200.000 Klicks. Und das war unfassbar, was da abging. Die Videos liefen richtig, richtig gut und das hat natürlich Spaß gemacht, aber es war natürlich auch so, dass das natürlich eine Trennungsgeschichte war. Für beide war das sehr unangenehm, gerade für eine Sarah Lombardi damals oder jetzt Sarah Engels wieder. Und das war natürlich so ein Punkt, wo man sagen musste, okay, es läuft gut und man versteht auch, warum man darüber berichtet, die Nachfrage ist da. Aber da war ja auch was passiert. Das war ja dann offensichtlich, das war alles online. Es gab die Gerüchte, es gab die geleakten Videos, Bilder und Co. Von daher war da auch Gesprächsbedarf. Wenn allerdings Trennungsgerüchte oder Trennungen gar vollkommen erfunden werden und sogar davon gesprochen wird, dass Laura Müller einen neuen Mann hat, ich zeige euch jetzt hier nur ein paar Beispiele, dann finde ich geht in Touch zu weit. Egal, ob man jetzt Michael Wendler oder Laura Müller mag oder nicht. Und wie gesagt, ich bin ganz vorne dabei, die hier zu kritisieren auf meinen Kanälen. Schaut ja gerne auch in die älteren Videos rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann allerdings so weit zu gehen wie in Touch, finde ich ganz, ganz eklig. Und das ist mir jetzt schon mehrere Monate aufgefallen, weil ihr mir ja auch natürlich immer Sachen schickt, danke dafür. Und ich dann auf die Links auch mal raufdrücke auf die ganzen Dinge, die mir so geschickt werden, die ganzen Artikel und Co. Und dann sehe ich in Touch und mittlerweile gucke ich bei in Touch gar nicht mehr nach. Wenn mir was geschickt wird von euch und ich sage in Touch, sage ich danke fürs Schicken, aber ich gucke es mir nicht an, weil in Touch immer ein Schmierblatt ist und immer auch bleiben wird. Die Artikel sind unfassbar schlecht verfasst, die sind auch sehr kurz, also die haben eine Lesedauer von einer Minute, also da steht wirklich nicht viel drin. Und meistens steht ja noch etwas Ausgedachtes drin, also es hat gar nichts mit dem zu tun, was jetzt im Titel steht. Also wie gesagt, nach wie vor sind Laura Müller und Michael Wender, ob man sie jetzt mag oder nicht, verheiratet. Und auch zusammen. Warum erfindet man denn irgendwelche Dinge? Also warum muss man dann damit irgendwie für Auflage sorgen oder für verkaufte Zeitschriften im Kiosk? Also finde ich ganz, ganz schrecklich. Also finde auch den Journalismus, wenn man den so nennen mag oder darf überhaupt, also das überhaupt so zu nennen ist eigentlich eine Frechheit für jeden Journalisten auf der Welt. Das ist so schlecht geschrieben und so schlecht auch gemacht von der Machart. Die könnten ja sogar in die Richtung gehen, wenn dann wirklich auch was, ja, irgendwie wirklich was dran wäre. Oder wenn wenigstens im Ansatz da irgendwie was Neues drin stehen würde oder ein Funken Wahrheit drin wäre, dann würde ich ja sagen, okay, man kann ja spekulieren. Aber das geht wirklich in so eine Richtung, wo die auch, ich habe euch ja die Titel mal eingeblendet, wo ich sage, das kann auch nicht wahr sein. Und dann im Umkehrschluss geht es eine Woche später darum, dass sie schwanger ist. Also wie passt das denn zusammen? Also entweder sind sie getrennt und sie hat schon einen neuen Mann oder die kriegen jetzt ein Baby, aber das scheint ihr in Touch nicht so ganz zu verstehen. Also wie gesagt, ich kann verstehen, dass man chronologisch Dinge aufarbeitet und Gerüchte auch mal zum Thema macht. Das mache ich ja auf meinem Kanal auch. Und auch ich betreibe Clickbait. Auch ich habe ja letzte Woche ein Video über Motsima Buse gemacht und die hatte sich ja auch tierisch drüber aufgeregt. Und deswegen dachte ich, mache ich auch nochmal so ein Update-Video zum anderen Thema, wo es auch in so eine Richtung geht. Und da ging es auch darum, dass in dem Titel stand Krebs und man dachte, okay, sie hat jetzt eine schwere Krankheit und das war aber gar nicht so. Und sie hat sich tierisch drüber aufgeregt, auch vollkommen zu Recht. Auch Michael Wendler hat sich über die In-Touch und viele Zeitschriften schon geärgert. Und ich finde auch da vollkommen zu Recht. Man muss ihn jetzt nicht mögen und man muss ihn nicht sympathisch finden. Genauso eine Laura Müller nicht. Aber es ist wirklich so ein Punkt bei mir erreicht, wo ich sage, das kann doch nicht sein, dass solche Leute da dermaßen auch geschädigt werden. Weil so eine Gerüchte können ja auch eine Beziehung zerstören. Und ich finde, das ist dann schwierig. Also meine Intention ist es jetzt nicht, dass ich eine Laura Müller und Michael Wender trenne. Sicherlich, wenn die Laura Müller meine Videos sich anguckt und sich dann denkt, okay, irgendwie hat die ja recht und dann ihren Mann mal hinterfragt oder auch mal ein bisschen kritisch mit ihm umgeht, finde ich das in Ordnung. Aber ich will jetzt nicht, dass sie sich jetzt von ihm trennt. Wenn sie sich trennt, vollkommen in Ordnung. Ja, dann hat sie alles richtig gemacht. Aber meine Intention ist es jetzt nicht, ein Paar, was sich anscheinend wirklich liebt, auseinanderzubringen. Und das machen InTouch, das macht Promiflash, das machen viele wirklich zuhauf, dass denen das vollkommen egal ist, dass da auch eine Existenz dran hängt, beziehungsweise eine Beziehung zerstört werden kann. Und das ist ja, wie gesagt, jetzt nicht nur bei Laura Müller oder Michael Wendler der Fall. Ich mache das jetzt hier, weil ich die jetzt sehr oft behandle. Aber das sind halt so diese Beispiele, wo ich dann sage, das kann wirklich nicht wahr sein. Das geht in so eine ganz, ganz merkwürdige Richtung. Und da muss man sich dann halt auch, wie gesagt, fragen, wie weit das jetzt noch gehen soll. Und dass sie einen neuen Mann hat. Also stellt mal vor, ihr lest das von eurer Frau. Und ihr kauft jetzt die InTouch oder kriegt das zugeschickt oder lest das zufällig, weil ihr euch selber googelt und ein selbstverliebter Typ wie Michael Wendler seid. Und dann seht ihr, oh, meine Frau hat einen neuen Mann und klickt da mal rauf. Und dann seht ihr da unten Gerücht. Und das kann ja wirklich auch zu Streitigkeiten führen. Also ich finde das schon wirklich perfide und wirklich krass, wie weit die InTouch dort auch immer wieder gegangen ist in den letzten Monaten. Und wie gesagt, das ist wirklich jede Woche feinster Clickbait, der sich auch immer schlimmer toppt. Also wie gesagt, die übertreiben ja jetzt dermaßen, also dass es nicht nur noch um Trennung, neue Mann oder Schwangerschaft geht, sondern dass es auch Krankheiten jetzt schon zu Titeln schaffen, die so krass eklig geschrieben sind, dass man den kompletten Artikel dann auch lesen muss, um zu erfahren, dass eine Motsi Mabuse, wie letzte Woche berichtet, gar keinen Krebs hat. Gott sei Dank. Aber warum macht man dann so ein Clickbait? Um ein paar Zeitungen mehr zu verkaufen, ein paar Klicks mehr, ein bisschen Werbegeld. Also das wäre mir peinlich. Und so will ich halt nicht berichten. Das ist mein Credo, bestimmte Sachen auch gar nicht so zum Thema zu machen. Ja, also wie zum Beispiel das Thema, wenn jemand verstirbt, mache ich in der Regel keine Videos drüber, also wirklich gar nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwas danach, wie mit Willi Herren, dann, dass die ganzen Familienmitglieder miteinander und die Witwe Jasmin Herren, der Streit miteinander haben, dann kann man darüber berichten im Nachhinein. Aber, vor allem wenn es alles öffentlich ist, aber ich finde halt nicht am tolles Tag, wie Promiflash dann schön ein Video für die Trends vorbereiten oder viele andere Portale. Das machen auch die von Funk oder von den RTL oder den privaten Sendern auch sehr gerne, dass die dann halt unten ein Video schnell hochladen zu irgendeinem Typen, der jetzt gerade verstorben ist oder einer Frau, die prominent ist und verstorben ist. Das finde ich immer so ein bisschen geschmacklos und da sollte man irgendwie auch ein bisschen mehr Niveau haben. Aber das ist wahrscheinlich für viele Tratschzeitschriften zu viel verlangt. Das soll es dann heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nachvollziehen können, warum ich das Video gemacht habe. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, jetzt mal drüber zu plaudern mit euch. Schickt mir gerne bei Twitter und Instagram weitere Vorschläge. Lasst auch gerne ein Abo da. Wir sind jetzt, glaube ich, 24.000 Abos hier schon oder kurz davor. Also lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns die Tage wieder. Bis dann und ciao, ciao.